Ja, ihr seht richtig, das ist Minecraft 1.11 und ich habe voll Bock gerade drauf, Minecraft zu spielen und mit euch ein bisschen im Chat zu quatschen. Deswegen gibt es jetzt auf meinem Twitch-Kanal, Link in der Videobeschreibung, einen Minecraft-Livestream. Vielen, vielen Monaten. Ich glaube, es ist ein Jahr her, dass ich Minecraft gestreamt habe. Ja, ich freue mich auf euch. Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns!